ach mensch leute es gibt schon wieder was anzukündigen trommelwirbel ja zwei sachen eine die kürzere betrifft mein upload plan den muss ich noch ändern das werde ich nachher gleich machen und zwar haben ja unsere togevers ja nun die togevers ist ja momentan so eingestellt so geplant dass die abwechseln kommen sollen also ein tag panik einen tag mafra 3 und sobald zwei von zwei videos da sind aber ich habe es aber so festgestellt da sich das a so ewig hinziehen wird dann eine aufnahme und b das ganze halt ein bisschen blöd ist halt auch wenn man eigentlich nur eins und beiden guckt nee anders da das halt auch etwas anders ist als das was ich mit den hauptprojekten habe halt mich entschieden also auch sinnvoller ist halt eigentlich hauptsächlich wegen dem hinziehen der folgen der aufnahmen habe ich entschieden dass die es nacheinander nacheinander kommen also das heißt habe ich jetzt zum beispiel schoko panic space drei folgen aufgenommen kommen drei folgen schoko panic space danach kommt marco 3 danach kommt marcus aufnahme von schoko panic space nach marcus aufnahme von marco 3 und so weiter und so fort je nachdem wenn wir halt dran sind so zweite sache die zu bereden gilt und zwar chef fast der war gibt es nicht mehr natürliches fragen es kommen noch folgen ja es kommen noch folgen denn last kinder wird noch abgeschlossen mit unseren mit den drei leuten die da sind also es war von der reihenfolge ich und dann fluffy und dann geht es von vorne los aber nachdem last kinder vorbei ist rücken diese zwei leute schäfer und fluffy in die alternate gamers also zu uns rein denn marcus hat das um gefragt ja haben sie den lust bereisen uns alle mitzumachen ja haben sie und nun was schoko panic space angeht das kommt ja nur noch morgen drei tage lang und dann ist es abgeschlossen dann kommt so lange wie last kinder läuft erstmal kein apg maker spiel mehr danach also würde ich marcus absprechen dass er da seine aufnahme die er von die reisen es alles danach kommen wird erst mal auf platte list oder erst mal ganz weit nach hinten geplant ist oder sowas das werde ich dann anpassen nach und nach und ja weil last kinder wird dann erst mal auch den 17 uhr platz 16 uhr wird das dann nachrücken also das bleibt auf 16 uhr sagen wir es so der to cover blast wird auf 16 uhr verlegt und ja gut last kinder wird abgeschlossen so lange wird das apg maker to cover pausiert mather 3 kommt um 17 uhr dann und wird dann auch um auf 16 uhr nachrücken das heißt diesen apg maker to cover und mather 3 zusammenkommen machen drei macht aber schöster und fluffy nicht mit weil die fresse tun ab und beziehungsweise ob sie damit machen wird wissen wir noch nicht richtig denn er hat noch keinen zusagen gesagt gemacht ob er zeit haben wird momentan sitzt er mager aus weil er von 13 uhr 30 oder so was bis ein solches uhr arbeiten muss und naja ich habe mich ab so weit alles richtig erklärt und sonst müsste ich nicht was ich noch erklären müsste gerade das ist jetzt momentan so die letzten paar monate noch umstelle phase von meinem kanal wo dann alles fest sein wird das kann ich jetzt schon mal sagen weil ich bin eigentlich jetzt so ganz zufrieden mit meinem plan das halt maximal zwei videos pro tag normales projekt und together und ja das ist eigentlich so ok finde ich das sind jetzt noch mal ein video weniger ist eigentlich ganz ok so finde ich halt wenn das dann durch gedrückt ist das ganze dauert wahrscheinlich erst noch ein paar täglichen aber dann ja ich sehe so dass ich das ist noch gerendert hochgeladen bekomme vor ein uhr bevor ich schlafen gehe und wir sehen uns dann beim nächsten let's playpart morgen schlug und wenig space last kindem und alundra auf wiedersehen auf wiedersehen